hey meine freunde heute willkommen beim coaching to go short format und es geht sich um das thema vorbilder was sind vorbilder für uns für dich für mich und ich finde vorbilder sind das was mich vorbildet es ist etwas wie ein bild vor mir sind die eindrücke die ich wahrnehme also vorbildliche taten vorbildliches handeln vorbildliche charaktere vorbildliche reaktionen auf situationen die ich so selber noch nie lösen konnte aber jetzt gerade durch dieses vorbild durch dieses diesen charakter menschen der da steht gelöst wurde ganz einfach und fragt mich immer wie geht das und das ist für mich ein vorbild weil ich diesem nacheifer also eifern wir unseren vorbildern nach aber seien wir uns bewusst dass wir niemals duplizieren sollten wir sollten immer individuell kreativ unseren eigenen weg unseren eigenes wissen unsere eigene erfahrung aus diesen vorbildern lernen das heißt nämlich dieses verhältnis zwischen meister und schüler schau dir dinge ab nutze sie für dich wandel sie aber kreativ in deinem umfeld so dass du mit deinem unterbewusstsein dein bewusstsein damit klarkommst um deine erfahrungen dann wirklich doch selber zu machen aber strebe vorbilder an um dann die stufen zu gehen und zu wachsen das wäre meine sache die ich hier im coaching to go short version für dich rüberbringen möchte vorbilder sind dafür da gesehen zu werden und dann für dich zu nutzen aber damit du selber zu einem vorbild wirst musst du dich eigen kreativ selber erfinden also bis dann dein dennis teilen liken lieben leben und kommentieren ich freue mich und schaue auch die gern die anderen shorts da unten wir sehen uns also shorts von kurz ja so läuft das was mich geprägt hat sind meine routinen und ich forme meine routinen jeden tag und kommt einfach mal in kontakt ja der persönlichkeit stammt gibt es auch noch ist dann daumen hoch für alle zusammen ne ja